Ein Trend am E-Scooter-Sektor sind die über 45 kmh schnellen Roller, vergleichbar mit jenen aus der 125 Kubikzentimeter-Klasse. Hier ist auch der österreichische Hersteller E-Scooter vertreten. Da wird mehr der Bedarf daraus herrühren, zum einen aus der gewerblichen Geschichte, wir beliefern inzwischen auch die österreichische Post, aber natürlich auch die belgische Polizei, aber auch der Endkonsument, der sagt, ich will auch längere Strecken, das heißt auch einmal 60, 70 Kilometer, schnell auch auf der Autobahn fahren. Da haben wir etliche Modelle, inzwischen drei Modelle in der 125er Klasse, in der man natürlich ganz normal auf die Autobahn fahren kann, runterfahren kann und immer noch kostengünstig unterwegs ist. Das Modell King Kong wurde für den Einsatz bei der österreichischen Post entsprechend adaptiert. Es gibt Ladevorrichtungen hinten und vorne, elektrische Unterstützung beim Abstellen und Wegfahren samt Rückwärtsgang, leistungsoptimierte Motor- und Batterietechnologie sowie bis zu 70 Kilometer Reichweite im vollbeladenen Zustand. Nach vier Stunden ist eine Vollladung absolviert. Preise dieses Modells werden nur auf Anfrage genannt. Die Vienna XE im modernen Rolleroutfit ist wie der Cargo-Scooter King Kong bis zu 72 kmh schnell und verfügt auch über einen Rückwärtsgang. Die Reichweite kommt je nach Fahrweise auf bis zu 70 km. Der erwartungsfreie 10.000 Watt Radnabenmotor mit Energierückgewinnung wird in seinem Vortrieb von gelochten Scheibenbremsen vorne und hinten sicher abgebremst. Die Vienna XE kostet ab 6.650 Euro.